hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play planet explorers und da sind wir auch schon direkt neben der basis und wie ich mich richtig erinnert habe hier ist ein haufen wasser und da geht es mal schnell runter und ein bisschen wasser mit weil aus irgendwelchen mir unbekannten gründen habe ich kein wasser gehabt ich verstehe es ehrlich gesagt noch nicht ganz aber was wer war das? woher? was? wo? hä? ich höre wo? ich er wird auch bekämpft wie das aussieht also er kriegt schaden ich habe eigentlich gerade keine ahnung wo da ist equipment ich brauche mal wo ist mein rucksack der ist weg okay dann zurück machen wir genau dabei wo wir aufgehört hatten da hinten scheint es als wenn es ganz tief nach unten geht ach da haben wir wieder jemanden retten müssten dann kann ich nicht schießen was ist jetzt los jetzt weiß ich auch gerade nicht was das wird war also wir brauchen noch ein bisschen wasser das ist aber echt viel action salz kommt raus hier kommt alles was haben wir eigentlich was sagt man uns inventar ressource da haben wir was so dann müssen wir wieder ein bisschen einsammeln du 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 läuft ich habe es gehört irgendwo gekämpft einer ich also er verliert genau genommen also er verliert genau genommen so da geht es ein bisschen schneller wir müssen ins wasser ziehen das ist auch wichtig und da scheint sogar zwei gerade aus zu sein so wir haben uns glaube ich auch genug wasser ähm so jetzt müssten wir noch mal equipment äh unseren 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 oh sieht da ist er ich müsste ja auch jetzt ist er weg na toll so wir mal fragen ob sie sie möchte ja möchte sie sie läuft gleich los das finde ich super sagt jetzt unsere kolonie die sagt mainline storage was war das eigentlich powerplan damals farm da kommt es schon niemand hier haben wir noch assembly core könnten sogar upgraden wenn wir das würden haben wir nicht genug zeug äh genau other npcs so seek ist repair aha so so ich weiß wir sind noch ein paar unterwegs gewesen sammeln wir jetzt direkt mal einen da sind noch zwei drei äh so so und dann sehen wir mal zu dass es ein bisschen vorwärts geht eigentlich können wir noch ein bisschen holz mitnehmen da haben wir gerät das hauen wir hier auch gleich noch mit weg so die gute frau da hinten nehmen wir auf jeden fall damit nehmen wir noch zwei männer mit wenn wir ein bisschen schön die waage halten dass hier keiner vor vorteil vorkommt die pearl hallo pearl ich habe eine siedlung das ist sehr schön und was haben wir denn hier für ein inseln nehmen wir auch mit stehen ja einfach so die wachsen wahrscheinlich hier naoto wächst hier den nehmen wir auch mit ja super und ja und wen haben wir denn noch kann man vielleicht auch ein bisschen besser aus also verteilen und verteilen wer ist der simon jeder dich holen wir dann später ab wenn man so und was sagt es jetzt oh Repair Training Strength Training Replication oh das ist natürlich hervorragend der hat gar nichts was hat sie Toilettenpapier ne Master Doktor oh sehr schön du dann kicken wir den gleich wieder aus ach da kommt der nämlich hier wieder an läuft weiter ich hätte es ehrlich gesagt schon ganz gerne noch mal wo läuft denn jetzt hin das weiß jetzt natürlich auch keiner wo der hinläuft ich habe gesehen hier waren noch ein paar andere unterwegs die achso da kommt jetzt einfach wieder zurückgelaufen also die sind auch nicht verloren wenn man sie wieder rauswirft die kann man jetzt einfach sich einsammeln so wie man möchte ihr war doch vorher noch ein Herr unterwegs wo ist der denn da ist ein mit dem Herr habe ich jetzt leider nicht gemeint der ist nämlich ihr nervtöten der Herr so was hat er dabei auch noch ein paar Geschütze übergestoßen das ist eine Dame da ist eine Dame sind nicht noch irgendwo ein Herr unterwegs ich hätte es gerne aufgeteilt ehrlich gesagt weil so haremsmäßig weiß ich noch nicht ob das gut geht ein Herr ein Herr drei Frauen dort das können erfahrungsgemäß zu ein paar Problemen führen da ist noch jemand das ist zeigt es mir noch nicht an komm sage wer du bist du ach dann ist wieder der nächste ich kriege einen Vogel ich brauche bald neue Munition wenn die hier weiter so spawnen Adelaine ach ne komm schau mal was sie kann Adelaine ist meatcooking treiben naja gut dann koch halt naja war jetzt nicht ganz so das was ich mir eigentlich erhofft hätte aber dann können wir uns noch ein paar andere äh äh nochmal schauen dass wir noch ein Bettchen uns bauen aber wir brauchen dann doch noch einige aber das ist gut ausgebildet sind das finde ich eigentlich erstaunlich so kehren wir jetzt schon direkt zurück zum kann ja andere frage was mich eigentlich gerade wenn das jetzt könnte ich die jetzt ach so die kann ich jetzt aber nicht einfach doch die kann ich jetzt einfach mitnehmen wenn ich das möchte jetzt ist sie raus die Annabelle ok hoppala äh jetzt schauen wir nochmal schnell hier naja das ist das schauen wir lieber nicht die gefallen mir nicht die jungs ok aber ich lerne gerade so das ein oder andere dazu ähm also ein paar kleine unterschiede zum normalen modus gibt es hier tatsächlich so dann doch nochmal hinüber dann hätte ich schon ganz gerne ja möglichst gut ausgebildete leute die uns so da hat jemand aber sehr effektiv hier mal weg so dann so dann dann ich habe mir glaube ich war das ob was du das modesty bei dir kann ich handeln shop was hast du und oh oh hm ich habe auch mal geschaut eigentlich genau das habe ich hier besucht zwelling bett kann ich mehr kaufen nein nehmen wir mit kann man nämlich genau gebrauchen genau das was wir eigentlich wollten ähm der rest ist eigentlich zweitrangig fertilizer brauchen wir das ist natürlich jetzt nicht gerade billig dinge wenn wir das in größeren bereich machen würde wir können mal 30 pflanzen wahrscheinlich damit anbauen ich möchte so viele kaufen wenn ich jetzt sage ich möchte alles davon kaufen 600 na komm nehmen wir was na wasser kauft man nicht äh äh bullets die sind eigentlich bisschen ach komm mal 200 mit das sagt jetzt unsere ressourcen haben wir noch ein bisschen können wir das irgendwie mal reordern so genau äh was kann man jetzt noch brauchen hier gäbe es natürlich Aluminium zu einem absolut genau das wollte ich eigentlich gerade sehen Aluminium habe ich festgestellt eigentlich ist das ein Erz wie jedes andere auch es müsste es ganz normal geben ähm ich habe also keine Ahnung warum ich bis jetzt noch keines gefunden habe also es müsste eigentlich genauso auftauchen wie der ganze Rest auch ähm und man soll halt einfach laufen und dann abends mal klicken das hat wohl ungefähr von der Größe ungefähr ein Drittel von der von dem Bereich scannt er ungefähr so dieser Teil und wenn es halt dann auch in annähernder Nähe von der Oberfläche ist würden wir das mitbekommen ansonsten naja ich habe eine Siegelung ja geh mal hin und was sagst du Jetta Jetta du kannst ja gar nichts ok es wird nicht besser dahint ist noch jemand dann tun wir die Jetta wieder raus also ich möchte jetzt wenigstens für den Anfang noch ein paar Leute die finden wir eh alle wieder aber wir müssen dann eh erst zurück dann können wir die dann können wir das Bettchen hinbauen dann können wir wieder hierher gehen dann können wir wieder Leute holen uah das wird ja noch Honey Hallo Honey was kannst du denn oh Recycling und Repair also ihr wisst jetzt schon wo ihr eingesetzt werdet nehme ich an ähm da steht auch noch jemand die wachsen hier echt irgendwie das kann ich mir nicht anders erklären Scanner Scanner nach Aluminium ich kann uns noch ein bisschen Holz holen nachher hm gut dann ähm brauchen wir da oben ja auch nichts mehr wir können direkt zur Basis zurück die kolonie jipp sei ein braver der Bildschirm jetzt bin ich mal gespannt wo wir rauskommen ob wir über oder unter oder durch rauskommen ich hab's noch nie ausprobiert also mit dem also mit dem mit der Basis wie oh Gottchen hm das ist natürlich nach wie vor blöd dass wir hier irgendwo wieder rauskommen wenn das öfter so ist wenn das öfter so ist wenn wir von hier oben einfach so einen Schacht bis nach unten bauen dass wir wieder unten heraus kommen jetzt muss ich wieder auf die Karte schauen ob wir auf der richtigen Seite sind äh mh 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 in der Grundseite da müsst ihr zumindest unser kleines Löchlein an der Wand finden ach ne komm jetzt das müsste sich ja dann eigentlich äh 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 unter Umständen wo völlig anders befinden ich komm es kann ja nicht wahr sein ich muss ja irgendwann mal und da ist da ist eigentlich nix hä eigentlich ist doch hier irgendwo das Loch in der Wand nach nach der Karte oder? ist das da oben? ich bin ja ich bin ein bisschen überfordert wie ihr feststellt mit den ich bin hier völlig falsch ehrlich gesagt wir müssen nämlich ne wir müssen da hin da hin da hin wohin wir denn hin äh und da ist ja auch diese fast nicht zu übersehende Schutzschirm eigentlich äh ja also das ich glaube das nächste mal werde ich einfach so ein Loch in die Erde sprengen auch hier da stehen sie eh schon die Leute herum die sind auch außen das heißt jetzt nicht dass ihr den Weg nach innen rein nicht findet wir laufen nämlich hier einfach mal nah an der Wand lang da ist das Leuchten jetzt hat sich wenigstens gelohnt oh das hier ist vielleicht wenn wir grad mal hier sind so ich bin weggemacht und ähm hier ist der Eingang genau dann müssen wir noch schauen dass wir hier drin wo hab ich denn da böses gesehen so so und dann könnten wir natürlich hier nochmal erstmal einfach so und so eine Leiter ran bauen und schon sind wir wieder in der Basis drin so ein bisschen Licht vielleicht haben wir noch Licht wir müssten eigentlich noch Licht haben hier nicht Equipment nein Item hier machen wir nämlich einfach mal hier eine Lampe hin und mal sortieren hier haben wir noch mehr Lampen ist ja optimal dann noch eine Lampe hin und weil es so schön ist kleben wir dann auch hier eine Lampe hin so ein bisschen Licht das ist unser Inkubator da kriege ich jetzt gleich noch ein bisschen Wasser wir haben nachher nicht mehr angenügend Leute für den ganzen Spaß na da ist ja sowas da und sowas so wir haben nur noch keinen Leute zugeordnet das ist der Nachteil weil wir nicht mehr ansatzweise ja und so weiter ihr wisst schon jetzt gehen wir hier mal nach dahinter und wir werden gleich mal auf den nächsten hier ein ein bundesländisch sag ich mal hoch spezielle High-Performance-Liege Schlafplätze deswegen werden die dann auch so ja einzelnen solchen kleinen Dingern halt da reingeplatziert und so ihr wisst schon was ich meine und das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit den eigentlichen Schlafgelegenheiten die sich dann später in den Gebäuden ergeben werden das ist schon klar so auch wisst ihr was das bauen wir in der nächsten Folge mal noch weiter aus ich werde mich jetzt erstmal verabschieden für euch für heute und sage tschüss und bis zum nächsten Mal also tschüss